Oh, hier. Geh mir schnell an der Grauen ein bisschen, ne? Ich hab Flüssen, aber ja, weg geht doch. Ne, ne, ich meine unten bei Skate. Ja, ja. Ich hab diese Marki. Ein Stamina, unglaublich. Oh, das ist hier. Close. Macht B. Granat, 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 Granat! Pass auf! Ist das ein Boss hier? Nein, normaler Skate, ich glaube. Aber die hat kein... Ich hab gesehen, dass die, aber die hat ein anderes Wort. Die hat nicht gesagt, Granat. Ja. Ich weiß nicht, was die sagt, aber... So viel Essen hier. Kannst du diese Tür zutun? Allebei? Ja. Diese Tür links und rechts zutun. Wenn ein Klee kommt, weisst du, dann musst du die Tür aufmachen. Oh, okay. Oh, okay. Wenn du jetzt... ... So, jetzt habe ich noch ein paar Minuten. Ich habe nur Essen hier. Ich habe nur Essen hier. Oh Mario, du musst meine, du musst diese Alarm anmachen von mir, ich kann nicht laufen mit dieser, bitte. Ich habe das immer hier gefunden, diese Batterie. Habe ich auch eine? Oh, was jetzt? Da müssen wir beide gehen. Wir brauchen das für mich. SG6? Ja. Oder wir warten, vielleicht ein Player macht diese Alarm an. Das ist auch für Loot hier. Ja. Ich bin hier. Unglaub. Oder wir warten. Ja, wir gehen oben, dann warten wir ein bisschen. Warst du deine? Ja. Okay. Gehen wir von wo wir kommen? Okay. Unglaub. Ich schmeiß das einfach raus. Ich mache das auch so viel Sound. Ich mache das auch so viel Sound. Ich habe diese ganze Alarm noch nicht gehört. Du? Ich auch nicht. Oh Mann. Wir müssen nicht zu lange warten. Wir müssen nicht zu lange warten. Die Player-Scape kommen auch. Aber wo gehen wir extra? Ja, hier. Aber wir brauchen diese Alarm, muss ich sagen. Wir müssen nicht zu Hause fahren. Oh! Nee! Ich komme hier. Ich schaue. Habt ihr die Tür aufgenommen? Zu. Ja. Beide zu. Komm langsam her. Ein Nähd und wir sind beide tot. Meine ganze Backpack ist bei Extract. Ja. Ja, ich mach das auf. Was war das für ein Nähd? Das ist ein Spieler. Wie ein Cheater. Sieht die Tankbatterie? Ja. Ja, jetzt müssen wir Glück haben. Normal, wenn ich diese Mission habe gehabt, diese Leute machen immer diese Power an. Aber ich habe ganz weit noch nicht gehört. Jetzt kommt hier ein Nähd, glaube ich. Ja, stimmt. Ich mach das an von dir, okay? Bleibst du hier. Meinst du? Ja, ich nehme... Gibst du mir einen ST6 dann? Ja, ja. Ich schmeiß alles weg. Okay. Und gehst du tot, ja? All diese Marken machen mich schwer. Okay. Was? Okay. Kann ich dir? Was? Ja. Ja, die anderen, ja. Oh, fuck. Ich höre einen Mann hier jetzt. Fuck. Oh. Hier geht's. Oh, mein Gott. Ich habe keine Angst. Oh, ich hatte hier können gehen eigentlich. Fuck. Das ist... ...stupid. Warum? Ja, du kannst da rausgehen, auch unten, weißt du. Ah, okay. Ja, stimmt, ja. Oh, ich habe meine Marken weggesmeißt. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, mein PMC. Oh, ja. Brigadier slatt, ja? Ja. Ein Mann oben. Fuck. Unglaublich. Wirklich. Kein Glück. Ich gehe dort. Das ist so fucking fair, ey. Oh, nein. Bei dir? Nein, bei dir war nicht, oder? Nein. Nein. Ich war da und vom Stamina. Nein. Ich war da und vom Stamina. Ich war da und vom Stamina. Undle. Nein, du bist rausgegangen. Du musst dich wieder ansetzen. Nein. Ich habe nicht gemerkt. Warum bin ich raus? Nein, meinst du? Ja, ja. Oh, du hast es nicht gemacht? Oh, Mann. Aber das ist Bullshit. Ich war draußen. Meinst du? Nein. Mario. Aber Aaron, ich war draußen. Guck dein Stream. Nein. Nein, habe ich nicht. Nein, ein Pimzi. Bitte. Nein. Das ist Bullshit. Oh Mann, da kannst du beide Batterien mitnehmen. Aber das ist Bullshit, Aaron. Ich war draußen. Ich war nicht in dieser Box. GG. Bitte Tag auf. Du hast kein Recording? Nein. Aber ich war draußen, Aaron. Bei dieser Box, wo du warst. Ja, ich glaube, die haben überall diese extra große gemacht. Nein. Oh Mann. Nein. Oh Mann. Fuckin. Guck mal, ich war hier links. Hier war ich. Unglaublich. Ja. Ja, das ist scheiße, ey. Ich habe das nicht gemerkt, ey. Das kommt extra. Hast du auch nicht gesehen, ey? Nein. Deine Batterie. Bei der Batterie. Batterie. Aaron. Ich habe das nicht gesehen. Ich war nur looten. Ja, das war ich auch. Was ist das doch, Mann. Oh mein Gott. Das ist jetzt so schlecht. Oh mein Gott. Ich habe den Bidei in den fucking Batterie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nicht einfach. Bei der B-